Hallo Leute und Willkommen zurück zu Halo Und ja Alter ich glaub nicht was ich für einen abgefuckt beschissenen Dreckstag hatte alter Jetzt gehen meine Kopfhörer kaputt und dann verliere ich auch noch mein Handy Gott weiß wo alter Es ist einfach weg Ja wäre das nicht so schlimm Wären da so viele persönliche und auch wichtige Daten drauf Meine ganze E-Mail läuft da drüber weil ich nur das Passwort von der E-Mail auf meinem Handy gespeichert hab Und etc. alle wichtigen Apps die ich nur einmal oder so hab Übelst wichtige Dinge man und alles ist da drauf Und jetzt fehlen mir die Passwörter von bestimmten Benutzerkonten weil ich die nur auf mein Handy hab Weil so viele Passwörter sieht doch kein Mensch mehr durch Und ja jetzt stehe ich hier Ich hab auch erst gar keinen Bock für ein LP also Ich musste mich echt jetzt überwinden da Lust zu kriegen weil nach so einem Tag hat man keine Lust Ich hab hier zu Hause vor Wut gerade alles rumgeworfen weil dann ist das schon wieder umgeflogen und das Und oh alter Heute ist es hier nachgehe ich bin schon noch Pender Ich mach das LP und dann mach ich gar nichts mehr weil Alles was heute noch schief geht bringt mich so zu Weißglut und schlage den noch irgendwen zusammen der mich blüht anquatschen Oder ich hau meine restliche Technik auch noch aus dem Fenster Ja So sehr kotzt es mich an Und wieso hab ich nur so ne scheiß Waffen hier Was ist denn das mit Bullshit Nächste war jetzt Jetzt fuckt mich das Spiel ja auch noch ab weil es mir bloß die scheiß Waffen gibt Egal Und ja Leute wie ihr merkt Das wird nichts mehr Also ich persönlich schaff das wahrscheinlich nicht jetzt täglichen LP zu hauen Rauszuhauen weil Ich jetzt erst mal bis nachmittags um drei immer beschäftigt bin und Ja Dann bin ich so halt zwischen drei und halb vier meist zu Hause und dann nehme ich ein LP auf Ja Und dann hab ich ja dann bräuch ich auch nicht mehr hochladen weil um 19 20 uhr schaut das keiner mehr von euch oder Ein zwei leute So dann kann ich den Post auch Getrost in die Tonne hauen Weil am besten ne ist halt am frühen Nachmittag Am besten gleich von der Arbeit kommen und dann gleich posten Oder schon vorher Aber nun ja deswegen wird es jetzt wahrscheinlich so ein bisschen auf alle zwei Tage zumindest basieren Weil ich das täglich einfach nicht auf die Reihe krieg Man die Waffe ist übelig scheiße Ja weil die Waffe scheiße ist Weil du einfach nur einen Schmand kaufst Ja jetzt soll ich halt Also wo ist mein Standard-Equipment schon wieder Das Spiel macht mir halt auch einen Strick durch die Rechnung weiter Jetzt sollen wir auch schalten die Alle Drohnen aus Wo sind Ich bin auch nur ne fucking Angriffswelle oder was Ja keine Munition Ey die Waffe ist so schäbig man Die will ich nicht malen Heute nicht Alter heute brauchst du mich Heute kommt keiner hier Am besten von euch Boah man ich hab auch nicht bewegt euch doch nicht so oft Die schwulen Scheißdrohnen hier Tut mir leid wenn meine aggressiver Arde gerade weg Kann das nicht ändern Das geht einfach nicht Wer das kann Ist halt ein guter Schauspieler Mehr sag ich nicht Ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch Wenn du mich ankotzt Dann kann ich nicht so tun Als willst du mich nicht ankotzen Also Wisst ihr immer Bescheid Oh Ach der Scheißschuld Zieh dich du Muggel Ah Dreckige wo wirk ich die granaten hin, Alter. Ganz ehrlich. Ich glaube, wenn sie alle Techniker beteiligen sie. Sie-sie-sie-sie-sie-sie-sie-sie, ssio, 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 si, 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 si. Oh, ich kann halt gar nicht so oft hin, Alter. Ja! N' Ghost, Alter, f*** dich! Mit deinem Scheiß Ghost, Alter. Kann sich die Haare schmieren? aus dem Reisers noch einen Wächse mit der Leihwächse der aggressive Masse schief weil ich mich noch was mit den Laser kann ich immer mitnehmen der letzte Angriff fuck you, du kannst mich durch das Schild nicht treffen das geht ja wohl gar nicht, ich denke das ist ein Schutzschild gleichzeitig war das hier in Halo auch so? wenn man da raufschießt, das dass der denn blockiert fickt euch habt ihr davon dreckiges Alien-Pack nein das kann nicht wahr sein alter der letzte Gegner und ja, na klar, ich möchte die Mission komplett nochmal von vorne spielen ja hat so einen großen Spaß gemacht hab mich ja nicht schon genug aufgeregt heute den Tag, alter genau deswegen wollte ich auch kein LP machen aber nun gut, jetzt hab ich mich mit der Scheiße geritten aber ich mach den Scheiß auch zu Ende weil morgen nochmal aufnehmen beziehungsweise beziehungsweise heute ist Halo wenn ich schon nicht jeden Tag ein LP rausbringe die Waffe ist so lächerlich ach so, ach sie ist auch noch Mann, fick dich auf dich so oft zu mir fliegen nö, kriegst du nicht ach, der Laser ist so ruppig scheiß auf den Laser, Alter ja, gute Nacht wo ist? ich will ich fühl'n Sturmgewehr, verdammt nö, hier geht's nicht weiter ja, ja, ihr macht das schon ich guck, hier haben wir so rum ich hab das ja schon alles gemacht oh, perfekt da hast du die Waffe doch wie lange brauchen die, Alter auf die Post kannst du dich auch nicht verlassen ja ja, jetzt bin ich da jetzt fangt der an zu schieben nö, ne einfach mal ne Sekunde länger draufhalten da wäre auch bestimmt von alleine zurückgegangen da muss ich nicht Babys mit der Spiel ja ja, lauf weg, kommt hier dein scheiß Maden, Alter voll Kontakt voll Kontakt ey, wenn ich jetzt dabei gestorben hätte ich ausgemacht habe dann hätte ich eben kein LP heute gesehen, Alter oh, nein fick dich, Halo nicht mit mir, Alter nicht dieses Mal das da, Alter der Dreck nicht mit mir wohnt nein nein nie ahaha kein Dreck, ihr Bastard tut mir leid für meine vulgäre sprache aber ich habe schon erklärt warum ich gerade so bin ich bin das kann ich auch nicht ändern und werde ich wahrscheinlich auch nicht das ist einfach so dran ist nö sieht nur so aus und jetzt wo waren das ist sie jetzt weg alter ist die waffe jetzt echt weg ja so ich bin da position gesichert da kommen sie da kommen sie oh gott fick dich nix 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 tk nix 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 Steh auf da bei Schuss! Fick dich mit dem dreckigen Leder, du kleinen Loppensohn, Alter. Ja, jetzt haut er ab. So ein dreckiger Wasser. Hier, bitte schön. Ja, gut gemacht. Ach, endlich. Hätte auch nur die Hälfte dauern können. So Leute, dann war es das auch wieder von Halo auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, tut mir leid für meine Naunen, aber ich kann es nicht verwergen und muss es auch nicht. Ich muss keinem was vorlügen, so sehe ich das persönlich. Ihr müsst euch ja nicht angesprochen fühlen, was meinen kleinen Rage angeht. Und ja, ich hoffe, euch hat das LB trotzdem irgendwie so ein bisschen unterhalten, weil manchmal, das ist ja noch lustiger, wenn man sich aufregt. Auch wenn es sich gerade um das Spiel an sich geht. Ja, und ja, Leute, Gott, Gott. Es fällt das Wetter draußen, eigentlich wollte ich draußen chillen jetzt auf dem Balkon, aber nö, gibt es nicht, es regnet. Ja, und wir sagen, bis zum nächsten Video, als nächstes wird dann Devil May Cry wiederkommen, genau. Ja, und ich weiß nicht, ob morgen oder übermorgen, wie gesagt, ne, ich weiß immer nicht, wie ich das zeitlich so schaffe. Und ja, falls euch das Video so ein bisschen gefallen hat, dann könnt ihr mir einen Daumen geben. Oder wenigstens mal vorbeischauen in das Video. Und ja, euch noch einen besseren Tag als ich heute. Und ciao, obwohl, den, das geht gar nicht schlechter. Ja, doch schon, aber...